Hallo, ich bin Stefan und mache meine Ausbildung zum Konstrukteur hier bei der Suhner Gruppe. Suhner ist ein international tätiges Unternehmen mit mehreren Standorten, auch im Ausland. Heute möchte ich dir einen kurzen Einblick in meinen Alltag geben. Komm doch mal mit. Nach einer vollständigen Grundausbildung in der Lehrwerkstatt, wo ich Fräsen, Drehen und Handarbeit gelernt habe, kann ich jetzt in der Konstruktion arbeiten. Da habe ich viel Verantwortung und kann mit der Unterstützung von meinem Betreuer schon eigene Geteile planen, entwickeln und herstellen lassen. Wir haben eine Kantine für alle Mitarbeiter. Alle Lernenden haben einen Rabatt in der Kantine und können für wenig Geld gut essen. Und vom Bahnhof Lupfig haben wir übrigens auch nur zwei Minuten zu Fuss bis ins Büro. Am liebsten plane ich und entwickle ich Teile, weil man da seine eigene Kreativität ausleben kann. Zudem kann ich das dann auch so umsetzen. Wenn du ein guter Konstrukteur sein willst, brauchst du viel Kreativität, ein gutes Vorstellungsvermögen und grosses Interesse, um Neues zu lernen. Es ist eine gute Basis, wenn du dich weiterbilden möchtest oder sogar ein Studium machen möchtest. Jetzt hast du auch einen Einblick in meinen Arbeitsalltag bekommen. Wenn dir dieser Einblick gefallen hat und du Lust hast, dich später weiterzubilden, dann bewält dich jetzt bei uns.